So, schönen Morgen liebe Leute, ich bin hier bei Steinemann Polsterlöse um 8.30 Uhr, wie immer, wir sind ja hier auf den Beinen. Wir haben hier einen schönen Wartel, ist für einen Wartelbeispiel was, ja? Ja, genau, das darf man da sehen, der wird mir ja abgeholt. Oben die Fläche habe ich gestern schon fertig gemacht, jetzt machen wir hier noch vier Seiten. So ein Wartel ist ja eigentlich sechs, aber unten steht er ja. Ja, wir werden noch fertig machen, ich werde dann nochmal kurz dann filmen, wie das aussieht. Ja, kurz mal zur Info, wünsche euch auch noch einen schönen Tag, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Wie gesagt, das ist 7,1,5 Performance Autobeschreibungsfolie, diese Folie kann man für Dekozwecke nehmen. Ja, man muss natürlich da eine Technik haben, um das ganz vorsichtig draufzubringen. Das ist wirklich nur für Showzwecke, also nicht, was man da wie so ein Koyote sich draufschmeißt. Ja, das ist jetzt wirklich nur für Showzwecke. So kann man das auch für eine Wohnung dekorieren. Ja, da das aber hier so ein weicher Stoff ist, wie gesagt, ist das wirklich nur für Dekozwecke. Aber man sieht, man kann es auch beschriften. Wenn ihr das mal gesehen habt, funktioniert. So, hier müssen wir auch wieder draufdrücken. Der fordert eine besondere Technik. Hier muss man echt Ruhe bewahren, immer ein Stück abziehen und nachdrücken. Ja, bisschen zeitintensiv, aber es funktioniert. Das klebt brachial. Also die Bäume, das ist normal, das geht mal raus. Das ist, weil der hier halt nicht starr ist. Gut, Robert, weiß was noch?